hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal ich möchte dir heute hier in diese kategorie hier den tatra 815 uds 114 hier vorstellen hier drin aber das gute stück haben wir jetzt auch gleich hier im shop an dass immer hier der sturz der räder wurde hier so eingestellt textur mäßig wirkt er sehr alt wir schauen natürlich uns das modell auch gleich dann mal genauer an ja kostet hier 39 1400 euro in anschaffung und 2009 leasing 90 kmh soll er schnell sein wir haben hier einen 300 liter tank eine leistung von 235 ps entsprechen hier 117 kW und ja unterhalt am tag 100 euro du kannst hier nichts also konforieren oder diverse sachen nichts machen also nur so kaufen jetzt da steht damals gute stück ich habe mir schon mal jetzt hier schon mal aufgestellt und ja mal probiert aber wir schauen uns erst mal hier natürlich irgendwann um wir haben jetzt die drei kategorien also zu end also die man umschalten kann also und rollgruppen natürlich muss man sagen ja sound haben wir dann wenn er läuft der motor so knacken drin das gefällt mir persönlich nicht mal ran vorhin hört man leider keines aber irgendwie die hand ist so rum ist nur aufgelegt als ob man auf wäre aber wir machen wir jetzt erst mal hier eine kleine nur jetzt mal hier rückwärts jetzt vollgas reifenspuren reifenspuren das ist ich bin leider nicht hin das ist immer sehen wir auch der älteres modell jedenfalls ein problem würde man sagen wir machen jetzt gleich der uns an Lichtfest. Kommt dann unter Schwindigkeitzess natürlich auch, aber erstmal machen wir jetzt unser Lichtfest her. 20 Uhr reicht, würde ich mal sagen. Ja, wir schauen, das nervt ein bisschen. Dann müssen wir überlegen, ob man sich vielleicht die Sounddateien hier austauschen gut oder zuschneiden, wenn einer das kann natürlich. So, jetzt haben wir jetzt erstmal Lichtschirm anschalten. Die Blinker hier sind mit Funktion. Dann haben wir auch die Arbeitsleuchten. Jetzt die hier, der am Kran ist mit Numbit 5 und dann haben wir hier eine Seite, das mit Numbit 6 noch abzuschalten. Innen drin sind wir jetzt hier. Die Blinker-Controller haben leider keine. Und wenn ich hier die Arbeitsleuchten einschalte, die taue ja voll ein bisschen Licht. So ein Fenster rein. Ich würde mal sagen, wir gehen wieder nach außen. Wir haben ja noch eine dritte Ansicht. Dies ist eine Kabine drin. Aber da werden wir jetzt dann gleich nachher den Schwindigkeitstest uns anschauen. So. Wie gesagt, hier ohne Funktion. 70 kmh soll auch schnell sein. Die Schlamm fahren wir jetzt auch erstmal durch. So, wenn wir jetzt fahren. Der Sound klingt ja ganz gut. Ich habe auch eine Zeit. Das heißt, der Geschwindigkeit ein bisschen realer gehalten. Würde ich sagen. Wenn wir jetzt fahren. Der Sound klingt ja ganz gut. Das ist Rauch. Ja, 70 kmh haben wir jetzt Rauch. So. Wir fliegen jetzt da ab. Oh. Machen wir jetzt mal diesen. Wenn wir sie mit Brems legen. Und freilich. So. Dann klappen wir mal den anderen wieder rein. So. Dann gehen wir erstmal hier auf die Kontrollgruppe nochmal hin. Also wir machen jetzt einfach erstmal hier den wieder an. So. Wir laden einfach den erstmal auf. Und dann kommen wir natürlich erstmal hier. So. Ich bin dann da nicht so der Profi drin. Muss ich auch noch dazu sagen. So. So. Ab da an, dass wir das haben. Dann kommen wir so her aus. Also es ist hier in der Kontrollgruppe 1 drin. So. 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 Okay. Okay. Volumen haben wir hier fast 10.000 jetzt hier in der Schaufel drin. Das ist der Hammer. Bartik �uments vorher auf. So. Wir haben zu parts Trocken das Platte System ja bin mal erstmal verstauen. Yeah. Wir müssen aber den hier erst mal zurück fahren. Ovieso. Mal schauen. So. So sehen wir jetzt hier den wirkliches Geben. das alles überredet sich das darf mich persönlich schon also man muss sich den hier ein bisschen auseinander setzen dass man hier mit der steuerung zurecht kommt natürlich oder nur seit ich habe es noch auf der maus drauf doch wir schalten sich nicht mal aus und sind jetzt mal kurz mit der abhin an sich dann sehen wir jetzt hier so sieht er hier innen drin aus und hier natürlich hier von uns bei China so her können wir jetzt hier so her arbeiten das war auch nicht einfach schlecht finde ich die Scheiben sind ein bisschen schmutzig die Textur wie man hier gesehen haben oder das ist ein bisschen alt so runter da kann man eigentlich relativ ganz gut das machen so dann wechseln wir die Kontrollgruppe dann haben wir jetzt hier da können wir jetzt mit also der hier also der linken maus hier auf die Kontrollgruppe 3 hier die Türen auf und zu machen mit der maus natürlich und dann jetzt hier eine Kontrollgruppe 2 da können wir jetzt hier die Stützen ein und aus fahren so her ja und dann wenn wir sie brauchen natürlich mit der Kontrollgruppe 2 fahren das aus dann jetzt hier mit der Kontrollgruppe 1 ja da tun wir jetzt hier mit der linken maus so her den können wir den drehen links nach rechts dann hier vor oder zurück können wir den hier so auf und runter schwenken dann natürlich mit der rechten maus können wir hier ausklappen können wir den hier als links nach rechts schieben können wir die Schaufel rein und aus mit beide zusammen können wir die Schaufel dann drehen je nachdem also wie wir hier arbeiten so halt her ja eigentlich so gibt es nicht mehr viel dafür zu sagen ich denke mal wir schauen uns jetzt einfach hier das gute Stück jetzt dann gleich mal genauer an also wir sehen jetzt hier unsere Lockdatei er ist fehlerfrei das einzige was mich persönlich jetzt an diesem Modell extrem nervt das ist dieses knacken hier in der Sounddatei sonst finde ich ist er ja ganz gut gemacht muss man dazu noch sagen mit dem Radschutz es erinnert mich hier ja was hier also mein Freund mal gemacht hat er hat hier so ein 5 Achse oder oder war das ein 4 Achse ein Kipper mal gemacht also von was ein W50 oder was ein L60 ich weiß es leider nicht mehr ich habe den leider nicht mehr ja und da hat er auch so einen Radsturz gehabt war echt hammermäßig geil was man so sagen ja wenn euch hier mein Video natürlich gefallen hat lasst doch ein Abo da Rücksicht die Glocke Daumen nach oben würde ich mich auch freuen Abo ist kostenlos Dankeschön fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Euer Franz Ciao Ciao